Ja, das nächste, was wir machen, ist, Video nachvertonen kann ja sein, dass man ohne Ton aufgenommen hat und dann möchte man dazu vielleicht noch einen Text einsprechen. Das funktioniert in dem Programm etwas umständlich. In einem professionellen Programm gibt es halt einen Aufnahme-Button und dann spricht man einfach rein. Hier gehen wir folgendermaßen vor. Hier sagt man Datei, andere öffnen. Dann Audio-Video-Device auswählen und dann ist wichtig, dass hier das Mikrofon, wo der Ton reingeht, hier entsprechend ausgewählt ist. Dann sagt man OK. So, jetzt habe ich hier einen weißen Hintergrund. Die Aufnahme, die läuft eigentlich schon. Und ich kann hier schon sagen Exportieren. Wichtig ist hier, Oh, das nervt, dass das Wave-Format ausgewählt ist. Dann sage ich Aufnahme-Datei. Da habe ich schon eine Voice-Over. Sage speichern, möchte ich ersetzen. Und sage ja. So, dann gehen wir wieder in unser Projekt rein. Dann sage ich Ablauf. So, der läuft natürlich ab hier ab. Hätte ich natürlich schauen müssen, wo ich hier entsprechend den Startpunkt setze. Also ab hier läuft der Film und das, was ich jetzt praktisch sage, das wird aufgezeichnet. Und dann kann ich hier Aufnahme beenden klicken. Und dann habe ich hier mein Voice-Over. Dann sage ich Ablauf. So, der läuft natürlich ab hier ab. Hätte ich natürlich schauen müssen. Genau. So. Das muss ich natürlich nachbearbeiten. Dazu brauche ich eine größere Timeline. Und ich sage auch hier Audiospur hinzufügen. Diesmal brauche ich keine Videospur hinzufügen. Hier habe ich das Fenster aufgemacht, kürzlich verwendet. Das ist entweder zuletzt geöffnet oder Verlauf. Und dann kann ich diese Datei nehmen und hier unten reinsetzen. Mag er nicht. Warum mag er nicht? Na gut, jetzt habe ich es anders gelöst, indem ich hier mit Plus die zuletzt verwendete Voice-Over-Datei aufgemacht habe. Die kann ich jetzt hier unten entsprechend hinziehen. Und dann da, wo es entsprechend losgeht, wo ich die entsprechend hinhaben möchte, muss ich mal nochmal anhören. Am besten hier den Ton ausschalten. Das haben wir vorhin schon gemacht. Und dann muss man halt entsprechend dem Bereich trimmen, wo man praktisch an der Stelle seinen gesprochenen Text haben möchte. Okay.